Ey Leute, was geht denn jetzt? Willkommen zum großen Minecraft-Fail-Filial. Heute geht es los, Leute. Let's go! Let's go, Leute. Wir sind schon auf den Server. Ich habe meine Strategie, denn ich werde heute erstmal Sky-Base, Leute. Zur Sicherheit. Und zwar... Locke ich mich jetzt ein, ganz weit oben, Leute. Let's go, let's go, let's go. Wir sind schon auf den Server und... Leute, ich bin aber nicht eingespielt. Ich habe heute noch gar kein PvP gespielt, Leute. Wir sind hier oben gespawn. Auf der Sky-Base habe ich mich jetzt erstmal gesichert, Leute. Es sind schon alle drauf. Backs hat sogar noch sein Halloween-Skill drin, Leute. So. Oh Gott, das schreibt schon rein, Leute, in den Chat. Moin. Leute, ich kann wahrscheinlich jetzt gerade überhaupt total schlecht spielen. Ich muss jetzt kurz meine Rüstung changen, Leute. Let's go. Kurz so auswechseln hier. Wir changen das alles mal. Aber ich bin echt nicht eingespielt, Leute. Ich bin gar nicht eingespielt gerade. For real nicht. Oh, ich schicke von hier oben gar nicht, was abgeht, Leute. Aber wir werden Sky-Base, weil das die beste Strategie ist. Ich sehe die Borde nur gerade nicht. Oh, Leute, die wollen in der Mitte noch mal reden. Aber ich bin hier oben, Leute. Ich bin hier oben. Ich will gerade noch nicht reden, aber ich sehe von hier oben noch gar nichts, Leute. Denn ich möchte die Sky-Base-Strategie machen, weil ich habe nämlich nicht viel Loot, Leute. Okay, Leute, das ist das Mannschaftshilfen. Ich bin eigentlich eingespielt, Leute. Deswegen bin ich ab und gar nicht gespielt. Bis jetzt ist es sehr früh, Leute. Und da unten geht es los. Nein, wo ist das Hilfen? Leute, da unten sehe ich die Spieler. Ich sehe die da unten, aber die sehen mich, glaube ich, nicht, Leute. Aber ich werde jetzt nicht zu dem kommen, weil ich habe Angst. Nehme ich die Material noch mal, Leute. Leute, aber ich habe meine Position schon gesichert, die Freunde, Leute. Denn ihr seht, ich habe wenig Equipment und ich muss lange durchhalten im Finale. Oh, da unten sind alle, da unten sind alle, Leute. Oha, let's go. Wir sehen die nur ganz dauernd. Ich weiß nicht, ob die mich sehen, Leute. Aber wir werden auf jeden Fall richtig gut, Leute, spielen. Oh, Leute, die sehen von hier oben alles so weiß aus. Da unten ist sie. Was geht, Leute? Da ist, äh, Abia. Wer ist da? Da ist Spax, glaube ich. Und da ist die Wife, Leute. Die sind da unten, ne? Oh, wir Skybase. Wir brauchen die Skybase. Wir wollen das gefällt. Wir, hier. Let's go. Leute, ich bin in meiner Skybase. Und da unten sind jetzt die ersten Spieler, die schon feind, Leute. Und niemand hat gemerkt, dass ich in meiner Skybase bin. Und ich glaube, niemand möchte hochkommen. Wie gesagt, ich bin noch nicht so eingespielt. Ich muss mich eigentlich noch einspielen hier ein bisschen. Aber das ist schwierig jetzt. Ich glaube, ich bin schon richtig schlecht. Jetzt spiele ich ab wenig Equipment. Deswegen muss ich am längsten überleben. Und da unten ist der Wife, Leute. Jetzt machen wir es auch noch so, Leute. Ich habe extra für den Fall hier ein Feuerzeug mitgenommen. Und jetzt brutzeln wir noch den Weg an, Leute, dass niemand meine Skybase erst mal findet. Let's go. So, wir werden wahrscheinlich sehr verschwindet in den Kampf eingreifen. Aber nur nicht hier zuhören, dass wir nämlich doof hier reinzugehen in den Fall. Wir zünden nämlich jetzt hier die komplette Skybase an. Let's go. Dass sich das Feuer ausbreitet. So. Dass niemand meine Skybase hier umfindet im Finale. Wo wir mich jetzt noch runterballern, Leute. Müsste ich enderperlen, dass ich das übernehme. Denn in dem Fall Damage würde jeder hops gehen. So. Warte mal. Wir sind jetzt oben. Und dann packe ich das Feuerzeug wieder ein. Let's go. So. Warte mal. Den Alpen, der muss noch runter. Leute, wir haben echt wenig Equipment. Das seht ihr hier. Das ist gar nicht mal so viel. Und ich hoffe, dass das irgendwie ausreichen wird, Leute. Und dann kann ich noch kurz runterpacken und alles. So. Wir haben jetzt unsere Skybase ein bisschen weiter, Leute. Jetzt ist es auffälliger, Leute. Let's go. Wir bauen jetzt jetzt ein in die Mitte. Und dann bauen wir uns hier eine Skybase auf. So. Wir bauen uns hier eine Skybase einfach auf. In der Mitte vom Heldenfinale, Leute. Wie gesagt. Das ist die beste Strategie, um das FFA zu überleben, Leute. Weil sonst hat man hier keine Chance. Mit deinem Herzen. So bin ich hier kümmern, weil ich sehe. Banks hat 10 Rüstungen gefüllt dabei. Und die anderen hat man in Rüstungen. Keine Ahnung. Was soll das? Die anderen haben eh viel zu viel Equipment, Leute. Gegen die komme ich eh nicht an. Ähm. Bro. Ähm. Wo du, Bro? Backstreet, wo ich bin. Ich glaube, wir haben es geschenkt, Leute. Ähm. Wir bauen die Skybase. Bis über die Wolken. Let's go. Eyo. Eyo. Wir bauen die Skybase. Bis über die Wolken. Oh, Leute. Ich glaube, das könnte mir gar nicht gefallen. Ich glaube, die werden mich jetzt gleich alle in meiner Skybase haben, Leute. Aber das wäre nicht gut, weil da kann man die mit Patsch von runterhauen. Aber das wäre eigentlich die Strategie gewesen. Ich glaube aber, dass da nicht mehr drauf eingehen wird, Leute. 100 Prozent, glaube ich. So, wir bauen uns kurz mal die Skybase hier auf. Ich habe gar nicht mehr so viele Blöcke. Ich schenke nicht, wo die anderen selber backst. Und mich selbst denkt. Ich weiß genau, dass sie dann alle auf mich gehen, nämlich. Weil die wissen, dass ich nicht so viele Equipments habe. Da und fein gerade welche. Ah, wir haben nicht glaube ich Gobbo oder so. Oh, Leute. Wer feint denn da? Oh, da greift ich eben noch ein. Da greift ich eben noch ein. Oh, da geht es dann richtig ab, Leute. Okay, ich habe jetzt wenigstens geleaktet aus Fairness. Gut, dass ich eine Skybase habe. Mal sehen, ob sich jemand hier hochtraut zu mir. Vielleicht Bax oder so. Wer weiß. Können wir nicht von hier oben runterschießen? Warte mal. Let's go. Geht das? Oh, Leute. Oha. Okay, warte mal. Ich glaube aber, es macht keinen Sinn, von hier oben zu schießen. Mal jemanden zu treffen. Das wird richtig schwierig, Leute. Das ist ja fast unmöglich, von hier zu treffen. Viele von euch, wenn auch schon etwas fein ist, Leute. Aber es zeigt nur eine schlaue Strategie hier oben. Oh, nein, Leute. Armin hat mich gesehen. Ey, da ist Armin. Was geht, Bro? Oh, er hat mich gesehen. Leute, er hat mich gesehen. Oh, ich glaube, ich muss jetzt gleich runterkaufen, sonst wird Jan und Sauber. Bro. Fortnite. Let's go, Fortnite, Leute. Gleich geht es los, Leute. Wir stürzen uns in den Kampf. Let's go. Oh, da kommt jetzt aber noch richtig abgerade. Leute, Rydy kommt. Rydy kommt. Rydy kommt. Hey, er grabt sich hoch. Rydy soll... Nein, 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 nein. Leute. Rydy, nein, nein, nein. Rydy kommt. Rydy kommt. Let's go. So, zack. Rydy kommt hoch. Rydy kommt hoch. Leute, da gehe ich, glaube ich, lieber runter, oder? Oh, Rydy will sich hochgrappen, Leute. Auf meine Skybase. Aber wenn ich in einer Behörde, Leute, dann kann er den Grappler nicht benutzen. Und Rydy soll nicht hochkommen auf meine Skybase. Oh, nicht gut. Rydy soll da weggehen, Leute. Rydy, weg von meiner Skybase, du Eichkrieger. Komm schon. Oh, Rydy kommt hoch. Rydy kommt hoch, Leute. Die wollen mich aus meiner Skybase holen. Let's go. Da brauche ich mich noch kurz bis runter. Ich hätte Prey jetzt sowieso gleich runter, Leute. Let's go. Da vorne ist Rydy erst gleich oben hier. So, warte mal. Rydy geht auf die Skybase. Oh, ich sehe Rydy da vorne. Was geht, Rydy? Rydy Skybase auch hoch. Ich glaube, der will feiten, oder was? Rydy will feiten, Leute. Let's go. Rydy will auf der Skybase feiten, Leute. Sehr krass. Ehre von Rydy. So. Ich komme ja so. Let's. Oh. Okay, Leute, dann gehe ich jetzt runter. Let's go. Zack. Wir gehen runter. Wir gehen runter. Wir gehen hier so runter. Okay, die ballern mich schon ab. Rydy, greif mich, Schatzer. Ich bin da, Freunde. Was geht? Du bist runtergekommen, Alter. Ja, wir bauen die Skybase im Himmel. Das gefällt mir hier. Was macht ihr das? Hä? Oh, ich habe die Skybase gebaut. Okay, Leute. Wir sind jetzt unten hier in Minecraft 10. Let's go. So, let's go. Let's go. Let's go. Oh, hier ist ein Eisgolems gespielt. Wer hat die alle gebaut, Leute? Weil sobald da vorne ist, ich weiß gerade gar nicht, was abgeht. Oh, mein Gott. Ich fühle mich hier, als wenn es... Hey. Komm, was geht, Bro? Was geht, Bro? Was geht? Endlich sehen wir uns. Hi, was geht, Freunde? Kurz weg, kurz weg, kurz weg. Ich sehe schon, dass gar nicht das abgeht, Leute. Wie ich gejagt werde hier gerade. Leute, die Eisgänger sind die Abstands. Auch wenn das Game ist. Ich habe gar nichts mitbekommen, was hier abgeht. Ente war mir eine Ehre, mit dir Eisgänger zu sein. Ja, Bro, wir auch, Bro. Wirklich. Aber du weißt schon, wir werden jetzt mit allem spielen, ne? Ich weiß, dass wir mit allen spielen werden. Oh, mein Minecraft 10. Oh, ich sage, wenn du gewinnst. Es sind viele Diskussionen in letzter Zeit. Sagt man, wie er geht? Ich habe wirklich immer nur das kritisiert, was die Zuschauer immer geschrieben haben. Weil von dir kam ja eigentlich nicht so. Es kam immer nur von den Zuschauern, weil die Leute... Reini, Reini, Reini. Ja. Was geht, Bro? Was geht, Bro? Egal, was passiert, Bang. Was machst du mit den Pickaxe? Oh, die Pickaxe so, hoppela. Auf, liebe Ente. Okay, tschüssi. Let's go, Leute. Let's go, Skarsensky. Ready, hopp's, geh. Ready. Ready. Go, ne? Ready hat, glaube ich, dort Verzauberungen. Ich hab aber eine Bedingung, wenn du gewinnen solltest. Ja. Juri, ich hab das gar nicht mehr gefunden. Hey, Rydie! Hey, na? Na, Rydie? Wie geht's? Gut und dir? Geht's dir gut, Bro? Ja. Auf mit deiner Torrüstung zu spiel, du Noob-Bahne. Wie, du Noob? Das ist halt die erste Rüstung, die ich aufbrauchen will. Oh, wir haben beide Feuerrestants drin. Ich weiß, Bro! Dann schwimm weiter in der Lava. Gönn dir. Die Leute, der Kampf so macht keinen Sinn. Irgendwie, das macht doch keinen Sinn, Leute. Wir brauchen doch Ressourcen die ganze Zeit. Gold dafür und alles, Leute. Man kann nicht so richtig... Ich komm nicht so richtig in Feinstimmung hier. Hey, Rydie! Was geht, Bro? Hi, na? Na? Was geht bei dir so, Bro? Oh, ha? Uh! Enttilt nicht die ganze Gold-FPS! Wieso denn, Bro? Okay, Leute, jetzt muss ich auf Ernst sein, sonst spiele ich die ganze Zeit so ein bisschen casual, Robo. Aber ich muss auf Ernst spielen, Leute. Und Ridy meint es auch nicht, das ist Ernst, Leute. Ja, Ridy, was denn, Bro? Warum rönt sie die ganze Zeit weg? Bro, lass uns doch ein bisschen Zeit mit denen an, Bro. Bist du am Zittern? Geht sogar, geht sogar, Bro, geht sogar, Bro, wieso? Bin ich es nicht würdig, dass du zitterst? Bro, natürlich, Ridy, Bro. Die Leute, Ridy, haben das Wort, oder ist er? Du zau ich ab. Ich hätte nur kein Gold abgedrückt, so wie du. Hey, ich bin jetzt, ich bin ehrlich. weil ich dich nicht отдел. Oh, das war. Komm schon, Rydie! Ja, ich bin doch da. Boah, schön alt. Rydie! Ich muss kurz meinen Helm wechseln, sonst geht er gleich kaputt. Wie hittest du mich da? Stark! Ente. Ente in seiner Prime. Leute, ich muss weiterspielen. Let's go! Oh, ich hab den Wal getroffen. Ich darf jetzt nicht ins Wasser. Ab ins Wasser mit dir, Rydie! Neee! Neee! Enten... Ja, obwohl Enten sind gerne im Wasser, ne? Okay, jetzt will ich noch mal wieder. Okay. 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 Ich glaube, das ist ein Blatt, das ist ein Blatt. Okay. Yep. Das war schon ein bisschen knapp, oder? Denkst du wirklich, Reidy, Bro? Ja, ich denk schon, dass du gut passiert hast. Echt? Glaubst du, Bro? Wo geht denn die Reise? Mein allergeilster. Hä? Weiß nicht, Bro. Wir machen uns denn hin auf. Oh, mir fängt das auf. Gleich ein Problem. Aber das Problem wird nicht Ente sein. Sondern... Leute, ich hab mich zuerst mal ein bisschen zurückgezogen, weil es macht grad keinen Sinn gegen Reidy die ganze Zeit zu kämpfen, Leute. Das macht meine Ressource richtig down. Irgendwie kann ich doch nur nicht richtig gegen einen Eiskriegerbruder kämpfen, Leute. Ich bin gar nicht dazu in Stimmung gegen ihn zu kämpfen, Leute. Ich geh gerne noch gegen Gobble und so würde ich mich lieber fighten. Oh, man, noch mal, noch mal. Das macht mir gar keinen Spaß gegen Reidy. Es gibt wohl denn da fühle ich das gar nicht so. Leute, let's go, Reidy, greif an, los! Hast du gesehen, Gomme? Ich hab's nicht mitbekommen, was war? Ente wollte aufhören mit dem Eiskrieger. Bro, Reidy ist mein Eiskriegerbruder! Ja, aber trotzdem. Ihr habt doch schon angefangen. Ich hätte dich nicht! Wo ist Juned? Was machst du da unten? Ente? Weiß nicht, Bro! Ja, weil von Ente. Und zwei Resistance bringt, Leute. Ja... Ich muss mich kurz zurückkehren. Leute, ich bin heute echt nicht so in Feinstimmung, Leute, das ist gar nicht gut für das Finale. Rhyne, Ante ist hier oben, das sind Zombies gegen die du feistest. Ja, Rhyne? Jawohl, jawohl. Da bist du, Ante. Aber sind da nicht soon Banks auf? Nein, nein, die sind in der anderen Ecke. Sag mal Bescheid, weil wir zu den dran sind. Rhyne, Rhyne! Hey! Ah, Banks. Ante rennt halt die ganze Zeit weg. Das macht mich. Du musst hinterher füllen, Rhyne. Du kannst das machen, du bist richtig, richtig stark. Ich hoffe, du holst Ante, weil er hat meine Creeper-Farm gesprengte Helden. Gebt es, Gebt es, Gebt es! Gebt es, Gebt die neue Ja wo ist Ente schon wieder hin? Ich bin hier Bro ich bin hier. Ach hier, ah dann. Wer gewinnt bei Banks Yu? Yu hat schon keinen Helm mehr. Oh. Der drängt mit Aktivien rein. Leute okay wir kämpfen weiter. Let's go, let's go. Wo ist es einfach so ein bisschen taktisch. Die ganze Zeit hier durchspielen, Leute. Das macht gar keinen Sinn, Leute. Die ganze Zeit zu kämpfen auf einmal, weil... Leute, mit der mal füllen, dann fülle ich mal oder so. Aber bis jetzt gehe ich das meiste zurück, glaube ich. Ich hoffe, dass Rindy spielt gerade viel besser als ich. Sorry, Banks zu wandern in der Nähe. Deswegen wollte ich dein Kind haben. Ja, aber es geht Rindy, Bro. Bro, Bro. Bro, Bro. Bro. Oh! 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 Leck, leck, leck! Leck, leck, leck! Tiga! So das? Die Leute, Rydy ist aber gut, jetzt ist Rydy kurz weggepurlt! Oh, was macht Rydy denn? Wo ist er hin? Da unten in diesem Krater! Rydy greift zu an, glaube ich, ja! Rydy ist ein 31er! Wo ist Ente? Wo ist Ente? Ach da! Hi Ente! Lass mal auf die andere Seite gehen, Ente! Okay, Rydy! Sonst kommen wir den die ganze Zeit in die Nähe! Okay, ready, Rydy! Weiter geht's, Bro! Ready? Ja! Ich denke mal, das ist ein Ja! Ja! Kupps know! Wir machen jetzt mal raus! Bist du sie nicht mit? Ja. Wir machen jetzt mal raus! Bist du es? Wrennen wir morgen raus? Wrennen wir mal raus! Wrennen wir fahren, hier. Wir machen jetzt mal raus! Wrennen wir den. Kommst du ab? Mal knapp. Sei ehrlich, mal knapp. Gibt nix. Let's go! Endermite! Okay. Das wird gut. Warum weint ihr nur jetzt so? Weiter, 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 immer weiter, Ente. Du bist eine Maschine. Junge, starker Kampf, Junge. Weiter so. Ich habe nicht weniger von dir erwartet. Zitterst du? Geht so? Weißt du, warum du weniger zitterst? Weil du Maschine geworden bist. Und ich kassiere gerade viel. Regnet es jetzt eigentlich das dritte Mal, während wir hier sind? Ich glaube schon, ich glaube schon, Bro. Geht so. Geht so. Geht so. Ach du Scheiße. Ich habe einen Bogen, das ist da unnötig, so. Ist das jetzt Ressourcenkampf gegen Rhyde, ja? Was ist meine Enderperle? Schon aufgeführt, wieviel? Ich habe keinen Fall mehr. Rhyde, Bro, was geht? Ja? Alles gut. Okay, Helm ist gleich down, Leute. Ich krieg viel mehr Hips die ganze Zeit. Ich habe aber gelernt, dass im Russen feiert, dass ich alles brave changee. Das finde ich connected. Okay. 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 Was geht? Egal, ich kann nicht mehr, meine Hände. Mein Schild. Bro, du musst reinigen jetzt. Warte, weg hier, weg hier. Die nicht mehr. Da ist er. Wir gehen jetzt ohnehin einfach gegen Ridy, egal. Werden gegen Ridy kämpfen, Leute. So, weiter kämpfen. Ich guck mal an den Bogen hier. Weil er wird gleich kaputt gehen, Leute. So. Ah! Jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja, was sind hier überall für Löcher? Hier hinten ist... Friday, was geht, Bro? Ich hab deine Flüße getroffen. Ach so, da unten bin ich. Doch, nicht? Bro, ich dachte, du wartet. Hä, wie wartet? Auf was warten? Sie hat gesagt, warte, egal, alles gut. Sollen wir warten, oder was, hä? Nein, 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 alles gut, alles gut. Wir können warten, wir gewillt, Bro. Nein, alles gut. Aber das wird jetzt ein Ressourcen-Cup. Hä? Könnt ihr jemand schaden, oder so? Ich hab deine Fälle gerade gehört. Ja, Sie und so waren gerade hier. Ach, Digga. Diese Mabes, die bist so nervig. Ich glaube, ich hab weniger Ressourcen als du tatsächlich. Glaub nicht, Reini. Ich glaub schon. Ich glaub, wir werden hier alles aufbauen. Ich glaub, das ist mir jetzt egal, Leute. Der Kampf wird begonnen. Ich glaub, ich hab's nicht angreifen, aber... Du wirst es jetzt zu Ende bringen, Leute. Wir haben jetzt eine normale Falle drin. Du musst. Wie sollst du es machen, Leute? Ich weiß, dass das Leben... Ready! Ready! Moin. Moinie Moinie. Kannst du mir mal einen Pfeil droppen? Ja, Bro. Ehemann. Okay, let's go. Ah, das wäre gemein, Bro. Hey, ich helfe dir sogar. Oha, guck mal, wie nett ich bin, Bro. Ja, safe, hab ich dir gesagt, Ehemann. Oh, stop, Leute. Oh, stop, Leute. Wo ist er? Okay, Leute, Eckpass mit der N-Appel. Sparen, N-Appel, jetzt sparen, Bros. Ich bin komplett aus auf N-Appel, Leute. Meine N-Appel sind komplett leer, Leute. Aber wo ist Riding? Der sortiert sich, glaube ich, gerade. Fire Resistance Trank ist ein Aufgleich aus. Leute, wir gehen jetzt komplett raus. Meine kompletten Ressorts sind gleich weg, Leute. Aber keine Ahnung, wo Riding ist. Riding, Bro, wo bist du? Ich krieg so langsam Hunger. Echt? Ich hab übel Hunger, ja. Ich hab auch Hunger, Bro. Ich hab mir kurz ein neues Schild gemacht. Aha, Riding, aha. Ja, weil ein Speicherplatz war voll und dann dachte ich, ey, nutze ich die... Ah, okay, es geht weiter anscheinend. Let's go! Oh! Wow, die Ahnung! Ich hab aufs 이거. Heiertens. Wasser drauf an. Oh! 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 Oh, das ist geil. Oh, oh! 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 Komm herr, Reidy! Komm! Komm! Was? Oh, das ist nicht gut, Bro. Let's go, Rydie! Ich muss kurz meine Rüstung nachfüllen, deswegen... So, let's go, Leute! Gleich geht's ins Finale! Was für gleich erst? Gleich, Bro! Wie geht's dir, Bro? Äh, kurz Rüstung, alles neu gemacht. Aha! Na ja... Muss ja sehen, wo man bleibt, nicht? Klar, Bro, klar! Monster nervt mich da ein bisschen. Oh! Bro, was da suchst du da, hä? Das wissen wir alles genau. Entweder wir beide nur noch ein Leben. Ich weiß, Bro! Ich weiß, Bro! Was ist jetzt los? Ich schieß nur ein Skelett ab, alles gut. Skelette! Ja, Bro! Die macht doch keinen Schaden! Dega! Ja! Du... Ihr habt immer noch beide Helme, was meint ihr? Hä, Bro, wir... Ich hab schon dreimal ausgetauscht. Bro, wir tauschen die ganze Zeit! Wir waren komplett voll, bis zur Bette! Ja... Was ist denn, Bro? Was ist denn, Bro? Also, das... Von uns beiden das letzte Herz, Bro. Das macht alles... Okay, okay. Na ja, dann... Also, ich hab safe schon... ...zwei, dreimal meinen Helm gewechselt. Hey! Ich will wissen, ob da Goldäpfel drin sind. Äh... Wir packen doch einfach! Ja, weiß ich doch, wenn wir die Wahrheit dann sagen, dass ich die Frage... Schimpfen... Ja, ey, die feiten bis zum Ende. Wollen wir einfach weitermachen? Wie, bis zum Ende? Ja, die haben beide noch ein Herz... ...und... ...usen alle ihre Rüstung, also... ...noch zu warten wäre unnötig. Äh... Jo... Wo ist Ju denn? Wo ist Ju denn? Dann lass warten, bis der wieder hier ist und dann... ...let's go. Ja... Wie viele Rüstung habt ihr noch? Keine Ahnung, viele, Bro! Nicht viele. Ich bin gleich raus. Schreibt euch die Daumen. Beide. Ich glaube ich jetzt weiter, Leute. Aber Goldäpfel wird langsam echt knapp mit zweiter Bogenschuhl hier enthält, ne? Ich weiß noch nicht, wie viele Goldäpfel Ryan hier hat. Das wird's glaube ich entscheiden, Leute. Noch nie. Hier. Das wird's... Das wird's! Schnell kaputt. Geh ein Blick. Erfüllt, 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 erfüllt. Leute, kann ich denn erfüllen, groß? Kann ich mir viel abnehmen? Kann ich mir viel abnehmen, Leute? Was ist jetzt los? Riding, du bist außerhalb von der Zone. Riding, du bist außerhalb von der Zone. Ach, Digga, ich bin außerhalb der Zone. Riding, ich bin mit der Kämpfe. Ich hab's gar nicht geblickt. Ich dachte, man kriegst so viel Schaden. Wo ist Riding jetzt hin, Leute? Wo ist Riding jetzt hin? Die Kontrastrategie ist mega eklig. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist dahinten, Leute. Okay, jetzt rade Riding vor mir weg. Aber einfach bin ich vor dem bisschen weggelaufen. Stopp, Ente, ich mach's nicht mehr lang. Echt, Riding? Okay. Aber, Bro, bei mir geht's auch nicht mehr so lange, Bro. Okay. Mal gucken, bei wem es weniger lang geht. Bro, ich versuch durchzuholen, Bro. Ich geb mein Bestes, Bro. Egal, was passiert, Bro. GG, egal, was passiert. Du hast richtig gut gekämpft, Bro. Du auch, Bro. Die Leute, jetzt wird's einfach schwierig. Kann ich die ganze Gold erblösen, Leute? Man muss dazu festhalten, ich hätte keine Pfeile mehr, wenn du mir keine gegeben hättest. Ja. Was ist los, Armin? Wir machen gleich weiter, das Spiel for All, ne? Ha? Wenn ihr bis zum Ende durchfällt, dauert das, glaube ich, zu lange für uns. Ne, ne, wir sind vielleicht einer von uns recht hoch, glaube ich. Also ihr könnt, ja, also ihr könnt auch, also meiner Meinung nach könnt ihr gegeneinander feiten und auch auf uns gehen, wenn ihr meinet. Okay, Leute, gleich ist der Verfahrt, gleich ist der Verfahrt, Leute. Und ich bin jetzt Outdoor vorne, Leute. Sonst hätte ich hätte echt gewinnen können, aber das One vs. One, das zieht einfach zu viel Kraft, Leute. Also der Bogen-End ist wegen des Fights besser geworden, das ist crazy. Aber Ryan, ich bin jetzt eigentlich schon zwischen uns bänden, Bro. Ich habe jetzt alle ressourcen geopfert, du gehst zu kämpfen, Bro. Wir müssen, wir müssen es zwischen uns bänden, Bro, wir müssen. Da soll sich jetzt niemand einmischen, Bro. Das stimmt. Ich habe alles jetzt für dich geopfert, Rainy. Du hast recht, du hast recht. Ich habe auch alles geopfert. Ich habe nichts mehr. Ich kann keinen einzigen Fight mehr machen. Bro, ich bin auch Outdoor, nach. Deswegen werde ich jetzt versuchen, doch alles zu geben. Ich habe... Ich habe doch extra gesagt, dass wir... Lass uns mit der Rainy fertig kämpfen! Ich habe doch extra gesagt, ich habe alle meine... Ach so, ja. Ich habe selber keinen Flansch. Ja gut, aber habt ihr nicht sogar... ...its Real Talk gesagt, dass wir zu Battle Group? Ente, was war's? Ja, Rainy! GG! Was war's? Bro, für mich auch, Bro! Echt jetzt? Gleich vorbei, Bro! Hey, Jungs, ich will nur anmerken, wenn jetzt frei für alle losgeht, dann... Also, ich bin gleich raus, ich bin gleich raus. Lass uns 20 kämpfen, wir haben alles gut vergehen, Alter! Zwei Minuten, ich sag zwei Minuten. Ja, Ente, du bist ein paar Räte, du hast am Anfang Skybase gewartet, du hast gar nichts. Aber dann hat er sich seinem 1 gegen 1 gestellt... Ja, und der kämpft jetzt die ganze Zeit durch! ... Geil. Hast du Holzstämme für mich, Bro? Was ist ja was? Ich hab keine Goldapfel mehr und kein Schild. Digga, wem gehören die Rüstungen hier? Wo ist die Bauna? GG Ente! GG! Ich hab alle meine Rüstungen! REINY! Welche Rüstung denn? REINY! Bro, welche Rüstung? Was meinst du mit welcher Rüstung? Hey, Abir, du klauselst die ganze Zeit ist an REINY! GG REINY, ich hab Leute, ich hab REINY. Was ist das, was ich da war? Das sind meine ganzen Sachen davon genommen. Meine ganzen Items sind weg, Glutze. Kann ich jetzt deinen Rucksack schauen? Ja, mitnehmen kann. Ich glaube, ich kann nicht in seinen Rucksack schauen, Leute. Aber da war jetzt eh kein Items drin, den ich gebrauchen kann, glaube ich. GG REINY, GG, GG! GG's! REINY haben wir gekämpft, Leute. 13 Goldnäpf, das heißt, FNV, Leute. Werde ich jetzt gleich richtig eine draufbekommen, Leute. Ich werde richtig eine draufbekommen, FNV. Das heißt, ich hab keinen Appell mehr, gar nichts mehr, Leute. Aber ich werde trotzdem auch so gut wie möglich mitkämpfen, Leute. Okay, Leute, gleich geht das FNV los, gleich geht das FNV los, Leute. Wir spielen jetzt defensiv. Ich hab noch 13 Goldnäpfchen gegen REINY fair gewonnen. Also, die ganze Zeit gekämpft. Und, Leute, das war nur noch Ressource. Ich hab mit REINY mehr Goldnäpfchen gehabt, der hat mich gekleppt, Leute. Ich hab aber einfach, wollte ich hier nicht so richtig angreifen. Aber es war der richtige Weg jetzt da zu fighten, Leute. Wir spielen jetzt richtig. Ich muss kurz mein Inventar sortieren, Leute. Ich muss gucken, was ich hab mich auch in meinem Rucksack. Hier, Rüstung hab ich noch. Okay, warte mal, nichts davon ist mal full, Leute. Der Held ist doch full. Der kommt auf jeden Fall in den Inventarausfall rein. Okay, das ist alles noch brauchbar. Das ist noch brauchbar. Ich will kurz die Hose hier. Sonst ist alles gedamaged, Leute. Werde aber eh vor. Hops geht, wir haben keine Goldnäpfchen mehr, Leute. 13 Stück. Dann ist es gleich vorbei. Der Held hat jetzt auch keine mehr, Leute. Das heißt, ich glaub, Helden gewinnen wird jetzt schwierig. Aber wir werden unser Bestes noch geben, wa? Okay, Leute. Wir werden jetzt auch keine Tränke mehr. Gar nichts mehr, Leute. Das heißt, wir sind jetzt richtig auf. Rüstung ist noch gut. Aber ich hab mehr Goldnäpfchen. Soll und mehr Tränke, Leute. Das wird, glaub ich, mein Name ist es jetzt sein. Okay, wir werden jetzt gucken, dass wir trotzdem noch gut genug durchhalten. Oh, es geht los, Leute. Es geht los. Es läuft einfach. Jeder geht gehen, Leute. Jeder geht gehen. Was geht? Oh. Wir werden gehen. Wir werden gehen. Wir werden gehen. Der Patschburg ist crazy, Leute. Oh. Hoppala. Ich hab mich, wie gesagt, ein bisschen rausholen. Ich muss mich raushalten komplett, Leute. Ich habe kaum noch Items. Ich hab noch 13 Goldnäpfchen, Leute. Ich kann nicht mal direkt capseln, richtig? Okay, Leute. Let's go. Wir gehen rein. Wir gehen gleich rein. Keiner erinnern. Wir müssen richtig sparen jetzt. Was denn davon ist Banks? Auf die gehe ich drauf? Leute, weil im FFA gehe ich am liebsten. Wetter auf Banks, Leute. Alles andere macht gar keinen Sinn, Leute. Ich kann nur noch vielleicht ein bisschen mit Damage, Leute. Aber gewinnen wird schwierig. Warte. Der Patschkranking ab. Ja, aber es ist wie gesagt der Verfahren, Leute. Ich gewinne. Aber wieder gehe ich ja auf Banks, Leute, wenn er verfahren ist, Leute. Ich kann entscheiden, auf wen ich gehe. Und dann greife ich lieber Banks an als meine Freunde, Leute. Let's go. Oh, Banks hat sich gut weggepönt, Leute. Da spezifizieren sich, dass ich die ganze Zeit noch weg eingehe oder so. Nur wenn ich seit der Banks in der Kraft in der Banks an, Leute. Ich muss in die Fans spielen. Davon ist so. Warte mal, vielleicht finde ich hier irgendwo Gobble oder so. Weil Gobble würde ich gerne eingreifen, Leute. In Gobble zu sterben wäre eine Ehre, Leute. Let's go. Weißt du, ob ich wo Gobble stecken könnte? Wo ist Gobble, Leute? Hey, Banks! Oh, was geht, Flo? Oh, ich denke wahrscheinlich, ich habe keine Ressourcen mehr, Leute. Aber was geht eigentlich? Wie gesagt, ich kann da gar nicht richtig in der Verfahren mitfalten, Leute. Wenn ich da reingehe, die fixieren mich auch gerade nur nicht da. Dann bin ich einfach gleich richtig schnell. Hopps, Leute. Dann ist gleich vorbei. Aber wo ist Gobble, Leute? Wo steckt Gobble? Hat er sich auf meine Skybase verzogen? Ich weiß es nicht, Leute. Könnte sein. Aber ich habe auch keinen Punchbowl. Wenn das hier gemacht hat, Skybase ist jetzt auch gar keinen Sinn, ja? Die Fighters hätte alle. Wie gesagt, der Verfahren, Leute. Jede darf entscheiden, auf wem er geht. Das ist ein bisschen unfair, aber wir müssen kämpfen, ne? Oh, danke. Let's go, let's go, let's go, Leute. Defense, defense, defense. Da vorne ist er da. Leute, das sind die Leute, die möchte ich nicht gehen beim FV-Fahren. Leute, das ist ja doof. Ich habe gerade schon einen Eiskrieger besiegt, Leute. Wenn ich jetzt auch gegen andere Eiskrieger gehen, dann verlier ich alles und geh gleich. Hopps, Leute. So, Gobble. Nein, der versteckt sich irgendwo. Gobble versteckt sich. Schenk sie? Aber wo ist Gobble? Ich glaube, Gobble ist hier oben, Leute. Versteckt er sich hier? Ich suche gerade Gobble. Hä? Ich glaube, der ist doch safe hier, Leute. Safe ist in seiner Statue. Warte mal. Ist Gobble hier? Da unten fällt gerade ein, aber Gobble ist, glaube ich, nicht hier, Leute. Ich habe gedacht, Gobble ist safe hier. Aber anscheinend nicht, Leute. Da unten sind auch noch ganz viele Spieler gerade. Ich sehe, der Skybase sollte ich suchen, Gobble. Wo steckt der? Oh, Leute, Leute. Da unten ist Gobble. So, Gobble kommt jetzt, Leute. Endlich kann ich entfallen. Gobble. Let's go. Wow. Geh greifen an, Leute. Hey, Ente, lass die fighten auf geheime Bar. Also, weißt du, auch geheim, dass die anderen nicht checken. Okay, Gobble. Okay, Gobble. Ich habe nicht mehr so viel Ressourcen. Ich bin einfach gegen dich kämpfen, Bro. Ich auch nicht. Wollen wir hier oben in den Köpfen kämpfen, so? In den Köpfen, Bro. Aber ohne Flüchtern, oder was? Ja, also nicht großartig. Damit die anderen sich nicht einmischen. Die stürzen sich auf uns beide gerade. Oh, okay. Du musst aber geheim. Komm hier geheim ran. Komm hier ganz geheim ran. Komm, wir bauen uns hier bei mir rein in den Dings. Okay, Gobble. Dann kämpfen wir hier. Oh, sie haben dich entdeckt. Sie haben dich entdeckt. Sie haben dich entdeckt. Oh nein. Sie haben dich entdeckt. Oh. Ich wollte das 1-1-1 gegen dich machen, Gobble. Ich auch eigentlich gegen dich. Aber jetzt muss ich dich leider handgreifen. Es tut mir leid, Gobble. Und ich wollte das 1-1-1 jetzt gerade gegen Gobble machen, man. Weil ich habe eh nicht mehr viele Ressourcen. Ich glaube, das wird eh nichts mehr Leute. Aber jetzt müssen wir hier fighten. Let's go, Gobble. Kämpf gut. Kämpf gut. Endlich hätte ich so gerne einen 1-1 gegen dich. Ich auch gegen dich, Gobble. Es tut mir leid, Bro. Aber wir können ja trotzdem ein bisschen mehr versuchen zu fighten, irgendwie. Können wir machen, Bro. Wir müssen hier kämpfen. Denkt gerade, ich habe eh nicht mehr viel Ressourcen. Aber... Ich auch nicht. Oh, schöner Schild-Break. Sehr schön gemacht, Ente. Gut gekriegt, Bro. Ey, Ente, du bist richtig Schild-Breaker. Schild-Breaker, Bro. Let's go. Ja. Guten Krips, Gobble. Guten Krips. Oh, oh. Hier ist natürlich ein bisschen... Wo bist du denn sein, Bro? Wo bin ich hier? Wo bist du, Gobble? Oh, und von oben werden auch noch gefeitelte. Die mischen sich noch rein, hier. Eieieieieieiieiieiieiiei. Wir werden hier nicht in Ruhe gelassen, Ente. Ich glaube auch nicht, Gobi. Ich glaube auch nicht. Aber das ist es leider im FFR. Ich dachte, wir können hier schön chillig fighten. Aber nix da. Das ist leider das FFR zum Schluss. Hallo, Sio. Was geht? Was geht, mein Freund? Hallo, Mo. Ich hätte so gerne noch diesen Revanche-Kill gegen dich. Aber es ist schwierig gerade. Es ist wirklich schwierig. Wie viele Äpfel hast du denn noch? Ich habe nicht mehr viele. Leute, ich wollte gegen Gobi kämpfen. Das wird jetzt relativ schwierig hier. Da vorne ist Banks. Da können wir gerade zehn Leute gefühlt. Da gehe ich kurz drüber drauf. Ein paar Griffs draufhauen, Leute. Aber die Eiskrieger haben, wie gesagt, die ganze Zeit nominiert. Deswegen ist das eigentlich okay hier. Wo ist Gobi jetzt denn Dein, das Gobi? Ende, Jo, Jo, Jo. Was geht, Bro? Was geht? Was geht, Bro? Mann, ey, Leute. Wir werden hier getargetet. Gehen die auch so viel auf dich? Schwierig. Das ist ein klar gewesen. Im FFR gehe ich auch lieber auf euch, Bro. Aber ich würde sehr gerne einfach gegen dich kämpfen, Gobi. Dann machen wir das jetzt, Leute. Wir müssen jetzt auf Gobi gehen, Leute. Jetzt gehen wir ran. Wir müssen auch ein bisschen defensiv spielen, Leute. Weil wir haben nicht viele Ressourcen. Aber da vorne ist Gobi. Greifen wir den jetzt an, Leute. Wir gehen auf. Let's go. Da vorne ist ein Schneiderpelz sparen, Leute. Oh, das ist Jo. Ich will aber eher Gobi angreifen, Leute. Gobi ist wichtiger. Gobi ist wichtiger. Gobi ist, wie gesagt, kein Eiskrieger. Ich greife nicht so. Ich greife nicht so. Und wenn wir einfach da keinen Sinn, Leute. Ich muss jetzt meine Gegner richtig picken. Das trägt jetzt sehr wichtig. Kein Feuer. Scheiße, ich habe kein Fire Resist-Truck mehr. Wo steckt Ben eigentlich? Enze, wo steckt Ben? Weißt du das? Ich weiß nicht, wo Banks ist, Bro. Keine Ahnung, wo der ist, Bro. Guter Block, Bro. Guter Block. Oh, Jo. Sue ist Ehrenmann gerade. Einfach mal hier kurz feiten lassen. Ganz kurz. Das geht auch ganz schnell hier. Zack. Und zack. Boah, Sue ist so ein Ehrenmann. Junge. Er wischt sich gar nicht ein. Das ist crazy. Wie weit fliegt hier die ganze Nummer? Das ist ja krass. Hey, Ente, warum bleibst du weg? Bro, ich weiß nicht, Bro. Wieso? Ich dachte, wir machen 1 vs. 1. Weißt du? Ich mache ja auch, Bro. Lass uns 1 gegen 1 rüber machen. Nein, das geht ganz schwer. Ich muss erst mal den Kampf gewinnen, dann kriege ich vielleicht nochmal Goldäpfel. Und dann bin ich sofort dabei. Glaubst du, dass du noch von mir Goldäpfel bekommst? Gubbel, glaubst du das? Hast du etwa keine mehr? Mach sie mal mit mir. Ja. Wo ist Banks eigentlich, Sue? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ente, Ente, du darfst dich so wegbüren. Alles Strategie, Bro. Alles Strategie, Bro. Verstehe, verstehe. Bam und Bam und Bam und Bam. Wie viele Goldäpfel habt ihr beide denn noch? Ey, wenn ich dir das sagen würde, wäre es doch eigentlich voll die doofe Info für Für, für dich oder mich. Also für dich gut, aber für mich schlecht. Du. Krass ist zwar, Bro. Geht's euch auch so richtig körperlich gerade scheiße? Ja, geht, geht noch, geht noch. Durch das aktive Humgeljage hier fühle ich mich irgendwie wach. Oh mein Gott, Ente, wenn du wüsstest, ey. Das war gerade richtig knapp. Oh mein Gott, ey. Bei mir auch, bei mir auch, Bro. Spieß gut, Bro. Gut mit Shield. Okay, okay. Das Banks, komm. Okay, ich glaube, das löst sich hier wieder. Okay, Leute, komm doch, Ressourcen. Hey, Benny. Komm, wir haben verloren, Leute. Komm, wir haben verloren. Ich hab doch nur noch Ressourcen. Wie gesagt, ich kann gar nicht mitchacen oder sowas. Ich kann gar nicht mit Shieldy Fight rein. Komm, wir sind sehr gut, den Naka, Leute. Der verteidigt sich so gut mit vielen. Ich glaube, wir wollen auch auf Komme gehen. Nein. Armin, lass doch einfach mal wir beide kämpfen. Komm, bleib doch mal stehen. Nee, ich hab eine Mission habe ich noch vor mir. Eine Mission habe ich noch vor mir. Welche denn? Du komm mal auf die Seite, ja? Wo bist du? Nein, ich guck nur. Ich guck doch nur. Eis, Krieger. Komme. Komme. Ente? Komme. Ente. Komme. Komme. Komm hier hinten zur Wand. Komm zur Wand. Wir gehen zur Wand, Bro. Wir gehen zur Wand. Du bist echt stark mit deinem Schild, Bro. Danke, Mann. Du kämpfst aber auch wacker und versuchst alles. Auf das andere habe ich keine Lust auf das Ganze rumgerette. Ja, ich auch nicht. Lass es einfach feiten hier. Ich habe wenig mehr viel Gomm, Bro. Von mir wirst du keine Goldäpfel bekommen, wenn du mich holst. Oh, nee. Echt jetzt? Ja. Oh, 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 oh. Pass auf, Banks ist hinter dir. Oh, hi, Banks. Oh, das ist an. Das ist ein guter Ins. Ich habe leider kein Patschiebogen. Oh, sehr knapp. Sehr gut. Sehr gut gemacht, Banks. Leute, Banks. Guter Spieler gerade. Gut gemacht, Leute. Wie gesagt, ich muss meine Ressourcen und drei Goldäpfel. Ich glaube, die anderen haben mindestens noch fünf Stacks oder so, Leute. Ich würde es eigentlich gerne zu Ende bringen, Leute. Gegen Gobble spielen. In der Maus, in der Maus, in der Maus. Oh, das habe ich. Dann gehe ich aus dem Weg. Dauert das Banks, Leute. Ich habe nicht mehr viel Ressourcen. Hey. Hallo. Stark, Banks. Stark, Bro. Oh, das war doof. Oh. Banks, sehr guter Spieler. Ich bin ein sehr guter Spieler, wirklich. Ich kann mich der Ressourcen kaum richtig mitkämpfen, Leute. Ich will nicht gleich, ich habe noch zwei Goldäpfel. Da hinten ist er. Da ist, Grabe, Leute. Ich kann kurz ein bisschen ergreifen. Oh. Los. Hoppala. Grabe. Oh, mein Gott, ich habe keinen Goldäpfel mehr. Was geht, Grabe? Da vorne ist Grabe. Hey, Grabe. So. So, und auf ein neues. Wir beide haben keinen Loot. Wir müssen beide jetzt mal irgendwas machen, Ente. Aber hinter dir kommt Benni und die anderen. Oh. Okay. Hi, Banks. Oh, Banks, spielt nicht tapfer, Leute. Banks spielt sehr tapfer, Leute. Die Hände pörelich ist ein bisschen knapp geworden. Boah, die 1-Giger im Wasser. Rein in die Lava mit euch. Oh, das war Ben. Ja, das war Ben. Gut, richtig. So, Gomme. Ja, ist eh hier nicht Teamphase. Gomme. Oh, Ente, was geht? Was geht, Bro? Das ist vielleicht nochmal Hochballern. Oh, ey, das ist so geil gerade. Das ist wie so ein Manhunt. Jetzt langsam enjoy ich sogar. Jetzt langsam enjoy ich hier. Ja, enjoy es doch. Das ist hier PvP auf Hardcore-Niveau. Oh, Ente, denkst du noch runtergehen? So, komm. Hier unten halten wir jetzt. Wir tragen das hier aus, Stu. Bis einer stirbt. Bis... Oh, ohne Wein. Deine Freunde kommen hier nicht rein. Die wissen nicht, wo du bist. Die hören dich hier nicht. Ich liege gerade auf meinem Stuhl. Ich laufe, also so heil. Ich brauche jetzt Wasser, Leute. Ich brauche Wasser, Leute. Weil keine Ahnung, einfach alles wegzuhalten. Ich laufe alles wegzuhalten, Leute. Wer ist das? Die Leute? Jetzt keiner in der Pellbär. Einer ging Ridy aufgebraucht. Ich hab' noch gerade den Gobble. Oh, was? Abtauchen kurz, Leute. Keine Ressourcen mehr. Keine Goldäpfel mehr. Gar nichts. Oh, ich bin noch. Hi, Bex. So. Den höre ich denn da. Oh, nein. Oh, nein. Bex, let's go. Go, 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 go. Oh, nein. Nein, Leute. Ich bin im Loch hops gegangen gegen Bex. Aber immerhin hab ich dann One-Win-One zum Schuss gegen Bex gekämpft. Leute, ich hatte keine Goldäpfel mehr und hatte nichts mehr. Das ist es leider, das Ende für mich. Es OP, wenn ich da. Sehr gut. Wir sind im Loch. Wir sind im Loch, wenn man zu vertwanen. danOP.